Was ist mit dir? Bitte? Wenn du überall hingehen könntest, wo immer du willst, wohin wär das? Ich wollte immer Teil von etwas Größerem sein. Ich liebe diese Antwort. Etwas bedeutsamem, etwas, das bleibt. Etwas, das wichtiger ist als das Leben selbst. Ja! Es steht in den Sternen geschrieben. Ich bin ein Star! Wenn ich reich wäre, würde ich mein Geld nur für Dinge ausgeben, die Spaß machen. Nicht für sowas langweiliges wie Steuern. Ich will, dass das Leben eine ewige Party ist. Für alle. Als ich nach L.A. kam, stand auf den Schildern an den Türen, kein Zutritt für Schauspieler und Hunde. Ich hab das geändert. Und jetzt? Seid ihr bereit für was Neues? Oh! Tranquilo, tranquilo, Senor. Weißt du, was wir tun müssen? Wir müssen den Film neu erfinden. Die Träume einfangen und sie auf Zelluloid basen. Zieh nach oben und sagst... Heureka! Ich bin nicht allein. Denn wir müssen es nach oben bringen. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich habe ein Riesenproblem, Annie. Wir müssen weg. Sofort. Was ich tue, ist bedeutsam. Du dachtest, diese Stadt braucht dich. Sie ist größer als du. Jetzt rüber! Was? So toll bin ich! Es ist der magischste Ort der Welt. Alle herhören, ihr arroganten Schwanzlutscher! Wer will sehen, wie ich die verdammte Schlange erledige? Fuck yeah!